Hallo und herzlich willkommen bei Red.Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich mal wieder das Spiel Stellar Age. Wir gehen in den Weltraum. Und wir haben das Spiel ja gestern schon gespielt. Der Ford ist ja auch schon mal gespielt gehabt. Und das Spiel jetzt da weiter, wo ich gestern aufgehört habe. Dann machen wir wieder die Tagesdailies fertig. Wow, bisschen laut. Bisschen laut. Machen wir Vollbild rein. Und los geht es. Auftrag. Nehmen. Flotte nehmen. Verteidigung. Oh, meine Verteidigung ist fertig. Nice. Reparatur gibt es nichts. Bauen wir. Abnehmen. Verbesser. Gunter. Hilfe. Hilfe. Ah, es krimmigt in der Nase. Eine Forschung erwähnt, dass ich die mache. Dann machen wir doch die weiter. Hilfe. Da bleiblich war richtig schnell im Bau zu produzieren. Flotte. Brauchen wir null Transport an? Nein, ich glaube da habe ich genug von. 14 Minuten. Gut, dass ich gestern hier für doppelt so viel produzieren für die Dingens genommen habe. Was tun die eigentlich? Das ist eine. Ne, das ist eine. Erzmiel. Ach, genau. Das ist eine. Külopharm. Erzmiel. Und das ist eine. Külopharm. Und die andere ist. Gesteckung. Tadaa. Kirsten. 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 Unger. Na, egal. Oh, ich habe hier was fertig. Und noch was auf. Das ist auch so. Das fängt doch schon mal gut an. Dann machen wir jetzt. Das fängt doch schon mal gut an. Dann machen wir jetzt. Dann machen wir jetzt. den hier machen wir den wir suchen erst mal uns ein Satelliten aus und schicken alles hin was wir haben langsam langsam 24 leuten helfen ist wieder bei 10.000 drunter gut dreimal helfen reicht schon wieder bis in 400.000 drunter bericht gut Dachau Dachau Dann gehen wir mal wieder in eine Basis rein, rechts war das hier. Oh, Schiffe ver... Verletzt wollte ich gerade sagen. Schiffe reparieren. Hilft mir einer oder hilft mir keiner? Ich denke es hilft mir keiner. Und... Nein, mir hat keiner geholfen. Es hat mir keiner geholfen. Ich musste alles selbst reparieren. Hm, was heißt mit Geld? Ne, ne, ne. Das wollen wir nicht. VIP. Habe ich gestern nicht schon genommen, als ich aufgestiegen bin? Wir machen heute mal alles hier ein bisschen schneller. Obwohl, jetzt haben wir ja auch nur eine halbe Stunde gebraucht. Was sind die VIP-Punkte? VIP... Ah, hier. Hm, kein Level Up. Verteidigung? Nein. Das ist mir... Wenn ich das jetzt mache, habe ich zu viel ausgegeben für das Spiel jetzt. Nein, für das Spiel jetzt. Dann habe ich jetzt nicht keine Ressourcen mehr. Hm, hm. Oh, nice. Oh, nice. So. So war der Nix. Ja. Eingriff. Plopp. 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 Kann man nicht so einfach alle machen? Schade. Aber man kann auf Max drücken. Da fließt meine Flotte... ... 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 Oh. Sieg. Hmm. ich möchte man dass ich den hier aufleveln aber der sagt mal was anderes komisch komisch aber wen soll ich denn da jetzt hören ja 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 100.000 Hertz Schützt dein Planet vor feindliche Angriffe ja 50 wieder herzustellen Oh, hat mir geholfen. Ich wurde geholfen. Das gehört auch schon rein. Das geht eigentlich für einen Tag, ach komm, holen wir uns den, für einen Tag. Das geht auch schon, oder? Nein. Soll ich das wagen? Ah, freie Plätze fehlen. Ah, wen hab ich ihn gestern produziert? War der hier, ne? Nicht der? Brauchen wir zwei Melonen. Zwei Melonen? Ja. Das schaffe ich nicht mehr. Oh, ich kann ja dies alles nehmen, dies alles nehmen. Den habe ich. 2,2 Warners. Den brauche ich jetzt aber auch. 1,7. 1,7 im Geschäft. 1,7 im Geschäft sind 5. 5, 3, 9. 9. Nicht so viel. Leicht hab ich doch gestern auch schon mal gehabt. Jawohl. Aber jetzt hoffe ich auch, dass er auch wirklich gestern kriegt. das das da da mit 80 55 das muss er noch benutzen Junge, Junge, Junge. Da. Am Ben. Wenn wir die nehmen würden. Aber ich wollte ja die nehmen. Zehn Quadratmeter. Kubikmeter. 40 Kubikmeter. Die sind ein bisschen kleiner, so kann ich mehr davon bauen. Und ein bisschen preiswerter. Rüstung 1600. Ok, die Rüstung ist auch scheiße bei denen. Na, egal. Hm. Dann schauen wir mal schnell nach dem Tagesziel. Zum nächsten Planeten. Hm. Ich schau gerade, ob es doch hier irgendwo was gibt, wo ich die sofort hinschicken kann. Nein. Nein. Das ist endlich. Let's go. Auf jeden Fall ist die Geldin, ja ich bin sehr aktiv. Okay. Aber wenn's zu stark ist, kann man anscheinend einige Sachen nicht mehr machen, wenn man... Kann man einigen Leuten wahrscheinlich nicht mehr helfen. Okay, das ist... Das ist auch schon mal gut. Zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob man dann jeden angreifen... Dann nicht mehr jeden angreifen kann, das weiß ich leider nicht. Oh ja, Tosenkopf 11. Ui. Auftrag. Unternehmen. Wie geht der Baris? Verabendrücken da drauf. Den haben wir erfüllt. Ich muss noch Schiffe reparieren und eine Technologie weiter erforschen. Schiffe reparieren. Das machen wir jetzt mal. Ja, hmmm, was kann man da drauf? Oh, Tratis, Tratis, Tratis Tratis um doch Ich kann nur machen Der ist jetzt noch Kann noch die Lottaf Crisan da kleinten erstmals Reparieren. Reparieren. Hm. Okay. Das sind meine fleißigen Arbeiter. Die ich immer weiter aufwerte. Ich mach immer den. Nein. Immer das was hier gesagt wird. Aber. Heute. Genau jetzt. Wenn wir das machen. Keine nicht helfen kann. Hm. Jetzt werden wir was machen. Wir fliegen mal hier runter. Zum Tortenkopf. Kann ich nicht angreifen? Oh. 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 Da hilft mir einer. Cool. Wie lange dauert das. XX Indira. Boah. Nice. Reicht das? 3 Millionen? Nein. Reicht nicht. Schauen wir mal. Schauen wir mal ob noch einer kommt. Schauen wir mal. Wenn ich das hier sehe. Ich habe 36.000 Stärke. Und die hat 6 Millionen Stärke. Jo. Ist schon witzig. Ich bräuchte doch nur ein einzig. noch ein bisschen. Stärker ist. Oh. Schauen wir mal. Schauen wir mal. 800.000. Ach. Reicht immer noch nicht. ... Noch 400.000. Und? Noch einer da? Eu. Da ich ja was angefangen jetzt. Soweit wissen wir. Untertitelung des ZDF, 2020 Hm? Kommt keiner mehr? Schreibt die Gede vielleicht was rein? Aber ich weiß ja auch, wie ich da zurückkomme. Wenn ich draufdrücke... Ah, so komme ich jetzt. Dann müssen wir noch mal kurz warten und dann hin. Ich hoffe, wir kriegen es noch hin. Aufträge. Ich gehe mal zurück in der Basis kurz. Ich gehe mal zurück in der Basis kurz. Ich gehe mal zurück in der Basis kurz. Ach, ich kann gar keine Leute mehr bauen. Ich gehe mal zurück in der Basis kurz. ... Ich gehe mal zurück. Ich gehe mal zurück. Ich gehe jetzt wieder kurz. Ich gehe mal zurück in der Basis kurz. So, machen wir den nochmal herstellen. Achso. Deswegen schon röder, weil wir alle auf Mission sind. Drei Leute empfohlen. Gruppe 4,1 empfohlen. 4,5. Ist noch einer aktiv? Ich bin auf Platz 15. Jens auf Platz 1. Mh. 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 Wenn der... Wenn der hier auch nicht so viel Kampfkraft macht, müsste ich den noch kaufen. Und wenn der immer noch zu wenig wäre. Danach... Müsste ich dann abbrechen. Oder einfach kämpfen. Schau, was passiert. Woh. Let me through. Woh. 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 Let me through. Woh. 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 Man. Woh. Woh. Na schau wie weit wir kommen. Das sind die Stufen die ich hoch muss. Eine Stufe kostet 150 Kredit. Ich weiß gar nicht warum ich so viel Kredit hatte. Ich habe anscheinend so lange nicht gespielt, dass sie mir immer Kredite dazu geschickt haben. Und gesagt hier spiel weiter spiel weiter. Beim meisten solchen Schwab. Bei den Spielen die so ähnlich aufgebaut sind. Das ist ja öfter so. Wenn man Kredite kriegt. Ja, ja, ja. Gleich habe ich kein Geld mehr. Aber was solls. Wer weiß wann ich das wieder spiele. Ob das Spiel. Und noch. Das war's. Eigentlich wollte ich mir 200 aufgeben. Jetzt habe ich aber zu viel getrunken. Schau mal wie weit wir hier gekommen sind. Ah, gar nicht weiter. Gar nicht weiter. Kampfschiff. Bauplan. Perfekt. 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 Ah, da komme ich gar nicht weiter. So. Dann bin ich zurück. Und schauen wir mal. Was ist der hier noch. Schauen wir mal. Okay. Auch der hier. Ah ne. Und. VIP. Drei Sekunde. Ach so. Ich bin jetzt. Stufe 3. 4. Für. A. Stunde. Oh da. Helfen. Zack. Und. Nochmal. Für jetzt zwei Stunden habe ich. Wie ein Pilip. Wohl abgebrochen. Oh, ein anderer hat abgebrochen. hat anscheinend zu lange gedauert was mache ich jetzt und wie weit das mein Tag ist ich muss glaube ich noch die Schiffe reparieren SCB das sind alles hier Leute aus der Gilde und ich den jetzt sicher ich brauche Level 5 ich vernichte erst ein Pirat in Level 5 wo ist denn hier Level 5 Pirat? 9,20 ich sehe nur Level 1er hier so bleiben müssen Level 2 14er ich weiß es nicht ich finde hier nichts ich bin glaube ich der kleinste hier ich bin Level 5 kommen wir erstmal den hier an oder gab es hier nicht mal was zum Suchen? Piraten? ich brauche 42.000 ach habe ich ja gar nicht meine ganzen Leute sind gerade mal 36.000 das sieht schlecht aus Level 4 ach Level 4 den schaffe ich locker und senden gut 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 mein Level 1er rufen 15 Besiegel kriege ich etwas? oh ich habe noch keinen Besiegel ich bin auf Platz 0 also da ist wahrscheinlich mal die Daily bei denen dann noch und jetzt greifen wir erstmal den an dann haben die gewonnen und Bericht Kampferkraft minus 1000 ist ja klar ok jetzt sind wir bei 100.000 nice was macht der eigentlich? kann ich gar nicht benutzen naja egal gehen zurück in der Basis rein und oh der nächste fertig ich 10 minuten das ist gar nicht ne ich will kein Geld bezahlen nein 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 kein loop das das klagen in ne nix d nix nix Stimmt ist ja die Lustgeschichte nichts da ich hatte wieder ein bisschen in Hektik hier aus ganz schön da hier hier wollte ich genau alles 100 Prozent reparieren ich bin Dankeschön den benutzen wir den Schrott und nächste Flotte herstellen kein Transporter wir bleiben bei denen T2 kann ich auch noch nicht so viel Geld ausgegeben und ich kann immer noch kein T2 bauen produzieren produzieren auch das bringt es muss noch 9 40 29 ich werde jetzt mal ausprobieren so ein Fies-Solo-Fund den schaffe ich auch allein den schaffe ich auch allein Kampfkraft 36.000 auswahl um hilfe bitte sonst kann ich den nicht los schicken die haben alle jetzt schon die vermutung also einer muss auf jeden Fall mit dabei sein sonst kann ich nicht angreifen obwohl er schlechter oder schwächer ist als ich und da ist wahrscheinlich jetzt um was seine geschrieben hat ich bin zu stark ich kann da nicht angreifen ja Oh ja, gut, jetzt Angriff, so mein erster Bosskampf, aber ich denke mal wir werden den Blocker nicht Lutschen Ja, der hat reingeschrieben, geht nix, ist zu schwach für mich Ja, der hat reingeschrieben, geht nix, ist zu schwach für mich Ich muss den dann nur wegfahren Ah, das schaffe ich, muss warten bis die da sind Planetschub Planetschub Zurück, jawohl Ach, Glöcker Angriff Auf Oh, hier muss ich fliegen Das war doch klar Blutlegion Ah, Ratte machen Stahl, hm, gut, da hab ich genug von Da fehlt mir noch ein bisschen was Das ist was jetzt, sag Was haben wir genug Blutlegion Ich bin ein bisschen Ah, die Ladung reicht ja schon. 135, los. Okay. Langsam aber sicher verstehe ich das Spiel immer mehr. Die benutzen. Jawoll. Level 2 muss ich jetzt rufen. Nächstes Bau in 13 Minuten. Genau da, wo meine Leute rum. Der bewegt sich auch. Der geht ein bisschen nach links rüber, oder nicht? Neu. 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 Auch mal ein bisschen schneller ab hier. Ach das ist auch noch 500. Max. 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 Ich habe Kampfkraft 25.000, bitte um Hilfe, wer will mir helfen? Also bei dem Spiel ist man wirklich auf die Gilde angewiesen, allein wegen diesen Bosse immer, die man normalerweise allein besiegen könnte, aber man nicht allein besiegen darf, weil es halt eine Raid ist. Und das gibt er dann, hm, auch nicht viel. In irgendeinem Spiel kann man das trotzdem noch hinter, nicht hintergehen, sondern umgehen. Ich weiß, ich glaube das war bei... ich weiß nicht mehr. Ist eigentlich auch mal so ein Gruppenfest, aber ich habe es geschafft auch alleine anzugreifen. Aber welches Spiel das war, weiß ich auch nicht mehr. Na ja, dann schauen wir mal kurz. Ja, der bewegt sich wirklich ein bisschen. Ganz langsam. Die Vin això ist Bowie. Ey, super r plotting. Er getötet sie. Immer esperen sie hätte nicht können. Ja, ich optisch bin. Los geht Experience. Schauen wir mal kurz in der Basis nach. Wie fülle ich der Ripper ein? Einen Ripper hier, zack, fertig. Forschung wieder. Wie weit geht das hier mit der Forschung? Wo bin ich denn hier gerade? Ich bin bei 5%. 15, 20. Bis auf 30 geht das. Mein lieber Scholli. Ich bin 10. Es geht bis auf 30 hoch. Bei mir habe ich jetzt den Vorteil alles. Der nächste Vorteil kommt erst bei 15. Nee, nee, nee. Wie kriege ich den hier? Wissensschaft. Wissensschaft. Laserwaffe auf 10. Wissensschaft. In Technik auch 10. Wir müssen auf 10 sein. Also das ist gut. zu baupläne ein neuer zu bekommen Nein, kein neuer. Brech mal ab. Bleib da. Das ist, um das herzustellen, aber ich brauch... Jetzt sind die Kristalle. Ich lass hier alles bohren. Auch Level 4 dann. Genau davor, dass so ne schöne Idee ist. Max, 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 Max. 23.000 Kraft brauche ich. Ich hab 37.000 Kraft. Passt. Blutlegion. 28 Schiffe reparieren. Was ist das hier? Ah, okay, hier ist der Markt. Ich bezahl das und kriege das. Ich bezahl das und kriege das. Ich bezahl das und kriege das. Was ist das? Dokumente Materie. Seltene Ressourcen benutzen sie. Oh, hier. Nice, nice, nice. Von denen hab ich genug. Da brauch ich nichts. Ne, ne, ne. Können wir die noch anbauen hier. Ach, das sind dann die hier wieder. Und schon hab ich viel zu viel. Und schon hab ich viel zu viel. Ich möchte das neue Chip machen, das dauert aber so lange. Ich bleib bei denen. Die man muss wenig haben. 4 Punkte. 432 Punkte. 432 Punkte. 432 Punkte. 432 Punkte. 432 Punkte. Und, wie viel reparieren? 532 Punkte. Nein, reichte nicht. Nein! Nein, nein, nein. Peròwer fünf, kriegste eigentlich nicht mehr ans Q. Daily Quest? Doch, hier. Warum eine Fünfer? Genau, zwei ist besser. Ich muss noch einen sammeln. Ach je. Um mich herum ist so viel Müll. Oh, nur noch. Oh, das ist gut. Boah, das reicht genau. Ladeung. 74.000. 69.000. Ich brauche aber eigentlich nur Erz. Nur Erz. Das blüht mein Herz. Das blüht mein Herz. Der Daily haben wir. Zeigen. Oh. Alles. Los schicken. Was ich habe. Äh. Ach du musst es auch immer bezahlen für eine. Best. Gut. Black Hat. Ist dann Abbauen. Level 5. Mein Planet ist so klein. Der ist Level 8 nicht so groß. Oh. Level 2 ist auch hierbei. Level 4er. Ich bin doch nicht der kleinste in der Gegend. Ressourcen. Das kam neu dazu. Mh. Das wird reichen. Kriege ich den noch. 1, 2, 3, 4 habe ich erfüllt. Das ist der 5te. Das wäre dann der. Ja. Ich kriege den. Was soll ich damit jetzt machen? Das weiß ich noch nicht. Dunkle Materie. Was ist das hier? Ich produziere schwer. Ich produziere schwer wieder. Egal. Naja. Schnell weiter baut. Was? Das war ja fertig. Achso. Vergessen. Jo. Leute. Das war mein Days für heute. Wir haben heute ein bisschen länger. Wir brauchen dich. Gut. Wir haben heute die Days gemacht. Und. Hat heute ein bisschen länger gedauert. Weil ich hier ein bisschen mehr rumgespielt habe. Wie gestern. Ich habe ja auch am Anfang gesagt, von wegen. Ich wollte mich erst beeilen. aber dann habe ich gesagt von wegen ich komme ich habe gestern schon so schnell das video fertig gehabt machen wir mal ein bisschen langsam haben auch gemacht ich habe mir jetzt ich will mir jetzt gerade das ticket ab oder habe ich mir jetzt gerade das ticket abgeholt und ich will mich freuen wenn aber am nächsten mal wieder bei seid bis dann habe ich euch viel spaß und auf wiedersehen